Ihr fragt mich immer, wie mein perfekter Burger-Tob aussieht und genau das zeige ich euch heute. Ähm, wir beginnen erstmal mit dem Ketchup. Und dann machen wir ein Patty drauf. 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 Und noch ein Patty. Und noch ein Patty. Und noch ein Patty. Und noch einer. Und noch einer. Und der letzte. Ich bin ja am Abnehmen, deswegen auch ein bisschen Salat und eine Tomate. So, und da machen wir jetzt das Brot drauf. Und so sieht mein perfekter Burger-Turm aus. Malzen wir mal rein. Ja.